Umfragen erstellen und beantworten Seit kurzem gibt es auf Facebook die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die andere User beantworten können. Wir möchten Ihnen zeigen, wie dies funktioniert. Um die Frage eines Users zu beantworten, klicken Sie auf den Titel der Frage. Sie sehen nun die Antwortmöglichkeiten. Wenn Sie die Maus über eine dieser Möglichkeiten bewegen, erkennen Sie, wie viele Personen bereits für diese Antwort gestimmt haben. Klicken Sie auf eine Antwort, erscheint rechts daneben Ihr Profilbild. Um selbst eine Frage zu stellen, klicken Sie in der Leiste Teilen auf Frage. Anschließend geben Sie die Frage ein und klicken auf Umfrageoptionen einfügen. Die Umfrageoptionen stellen in diesem Fall die möglichen Antworten dar. Schließlich können Sie noch festlegen, ob anderen Usern das Hinzufügen von anderen Antworten erlaubt oder verwehrt werden soll. Ein Klick auf Fragestellen veröffentlicht die Frage und postet sie auf Ihrer Facebook-Seite. Nun können Ihre Freunde abstimmen. Wird Ihre Frage beantwortet, scheint links unten eine entsprechende Benachrichtigung auf. Natürlich können Sie auch selbst abstimmen. So, das war's auch schon. So easy ist es, kurze Umfragen zu generieren. Super. So wenn Sie nicht minutos. yon. Holl tienes. Vielen Dank.